Gestern, das zweite Halbfinalspiel in Zürich. Wir haben das 3 zu 4 gewonnen nach Verlängerung. Es war sicher eine Zweikampfstärke von uns. Wir wurden am Anfang etwas überlaufen. Aber dann haben wir uns gut zurückgekämpft vom 2 zu 0 und dann haben wir das Glück auf unsere Seite gezwungen. Es ist immer schwierig, bei so einem langen Spiel einen Moment rauszupicken. Aber ich glaube, sie haben vom Goal super safe gemacht. Über die Verteidigung haben Schüsse geblockt. Bis zum Schluss, sobald ich über den Schiri das Goal mache. Ich glaube, jeder Moment war wichtig in diesem Spiel. Es wird sicher wieder ein enges Spiel sein. Wir müssen zu Hause wieder besser rauskommen, als wir zu Zürich gekommen sind. Wir sind zu Hause mit unseren Fans und wir wollen Emotionen von Anfang an ins Spiel bringen. Oder zwei Zeit für uns holen.